So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer Runde One Minute Chamber. Das, was ich ja letztens, oder vorhin gerade schon gespielt hatte, der letzte, ne, letzten Part sozusagen. Ähm. Ja. Wie gesagt, es ist... Ah, es geht so. Also ich find's jetzt nicht unbedingt... mega awesome spannend. Aber man kann's ja trotzdem mal versuchen. Ah, geh weg, geh weg, stirb. Kleiner Penner. Hat mich einfach so... Ich hab den Arsch gerettet. Ey, hör auf, umzuleggen. Ich sterbe immer irgendwie im Zweikampf, hab ich das Gefühl. Immer... Die machen jedes Mal mehr Schaden mit dem Scheißbogen als ich. Äh, mit dem Scheißschwert als ich. Total uncool. Na gut, wir müssen sie vielleicht in den Maps mal ein bisschen auskennen. Ich hab daneben geschossen. Ist das denn ernst? Dieses Körperlegen aber auch übel krass rum. Was sind solche Wichser, ey? Direkt ins Gesicht geschossen, ey. Hinter mir war einer. Ach ja. Aber warum zu cheaten hier? Ich war auch mal gewinnig. Danke. Hast du dein Herz hier auf deinem geschossen? Das ist echt gemein, dieses Mal ins Gesicht zu schießen. Ach, ich krieg mein Leben auch nicht wieder. Ja, er trifft natürlich mich, oder was? Da stand so ein Wichser vor ihm und er trifft mich. Das ist total uncool. Ach, da könnte man auch noch durchlaufen. Ja, das ist so ein blöder Penner, ey. Jetzt darf ich wieder spektäten, weil solche kleinen Camper-Wichser die ganze Zeit hier rumlaufen. Oh, das gibt's nicht hier oben. Geht's ja auch noch hoch? Und ich glaube nicht, dass ich hier hochgehe, oder? Das wäre ja geil, aber ich glaube nicht. Ne, das sieht ein bisschen dann nicht so danach aus. Hm, neun Kids gemacht? Doch, hier oben geht's hoch. Aber hier oben lang? Gleich mal ein bisschen die Map-Auskönnschaften, auch wenn ich tot bin. Ich kann trotzdem das Ding... Stimmt, man ist ja gar nicht unsichtbar. Da könnte man runterschießen. Da könnte man... Kommt man hier hoch? Nein. Man kann hier nur runterschießen. Da ging's da durch. Hier könnte man nicht drüber springen, ist ein bisschen zu weit, der Jump. Ähm, ja. Wie gibt's das sonst noch? Hier sind noch welche, da sind noch welche. Ah, ich erfolge euch. Ich folge... Ich will euch folgen, wo seid ihr, die Schweine? Äh? Okay, schauen wir mal von ganz oben. Da kann man ja glücklicherweise über alle... Spielfelder rüber gucken, sag ich jetzt mal. Ich bin jetzt einfach mal als Spielfeld. So. Na, da haben die überlebt. Ach, man muss also nur eine bestimmte Sekundenzeit überleben. Dann... Ja. Dann hat anscheinend der mit den höchsten Kills gewonnen. Der dann noch überlebt hat. Ja, diese kleinen Camper-Noobs. Was anderes können die nicht, als außer zu warten, dass da irgendjemand hochkommt und so weiter. Das ist ja echt langweilig, muss ich sagen. Naja, wenn die Leute es für nötig halten, das zu machen, anstatt rumzulaufen, ein bisschen Action zu haben, dann ist das halt so. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.